2032. Nachdem der Yellowstone-Supervulkan ausbricht, deportiert die Regierung der USA alle Bürger des Mittleren Westens an die Küsten. Die evakuierten Staaten werden am Konzern verbracht. Man nennt das Gebiet die Zone. 2042. Die ersten freien Wahlen seit dem Ausbruch stehen bevor. Die Stimmung ist aufgeheizt. Viele Machtgruppen lassen durch Söldner und Ex-Militärs illegale Operationen durchführen, um sich in Stellung zu bringen. Du bist Teil einer solchen Söldner-Truppe. Euer Auftrag wird euch tief in die verbotene Zone führen. Mein Name ist Philipp Spreckes und ich bin der Autor und Spielleiter von Scavengers und der Autorin der Graphic-Novel Delos Storm. Bis zum nächsten Mal.